Musik Hey du, ja genau dich meine ich, komm mal her! Es ist Zeit für eine Geschichte, für meine Geschichte. Wie jeder weiß, komme ich jedes Jahr in der Nacht auf den 6. Dezember in jedes Haus und befülle dort die Stiefel. Was man jedoch nicht weiß ist, dass ich am Tag danach hierher komme, an diese Schule, an das Homburgische Gymnasium Nürnbrecht. Wie ich das schaffe? Naja, wenn man 364 Tage zum Ausruhen hat, geht das eigentlich recht einfach. Jedoch ist für mein Auftritt hier in der Schule ziemlich viel Vorarbeit zu leisten und das schaffe ich wirklich nicht. Aber ich bin nicht alleine. Darf ich vorstellen? Meine Wichteln! Stimmt, wir machen hierfür eigentlich die Meisterarbeit. Aber zuerst müssen wir herausfinden, wer wem überhaupt einen Gruß schicken möchte. Musik Dann muss der Gruß ausgefüllt werden, zum Beispiel so. Musik Hi, ich habe eine Grußkarte und Schokolade für dich. Oh, danke schön. Musik Wo sind denn die ganzen Nikoläuse hin? Alles weg? Nur leere Packung? Oh, Willi, du hast die ganzen Nikoläuse gegessen. Was hast du dir denn nun dabei gedacht? Musik Die SV oder auch die Schülervertretung vertritt die Interessen der Schüler und plant auch so tolle Aktionen wie die Nikolas-Aktion zum Beispiel. Musik Musik Oh, ho, 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 ho. Musik